Oh, fuck. Warum bist du hier drin? Warum kannst du hier rein? Super. Wenn ich jetzt bei mir spawne, habe ich hier den blöden, blöden... So viel zu meinem Bett. Dass ich mir so schön dahin gebaut habe. Also, ich kann jetzt doch wieder random spawnen, weil das beschissene Vieh unbedingt in meine Hütte springen wollte, bevor ich das Dach fertig hatte. Klasse. Okay. Vielen Dank. 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 Das wäre... ... so Heils Level haben nur gucken das ein bisschen sehr nah an diesem Prime doodos oh hier liegt was totes das gefällt mir da schon mal 64 sich die auch immer ist ausgesprochen ich kann doch bestimmt wird wurde das muss passieren es nie dafür Okay, ich hoffe, dass mich hier keiner dieser Prime-Botos sieht. Tut mir leid, mein Freund, alles fürs Level ab. So, könnte ich nicht vielleicht jetzt auch schon mit dem Hype, was ich habe? Kann ich mir damit nicht eine Lederrüstung vielleicht zu kommen brauchen? Ah, größtenteils. Ja, wunderbar. Das ist dann Level 30, das heißt... So, wo ist der... wo ist mein Yeti? Da hinten steht er. Sehr schön. Bist du man-lein oder weib-lein? Female. E-mail. Dann heißt du auf jeden Fall... äh, Body. Nein? Also kann ich das denn jetzt nicht mehr... ...die No-Options-Change nehmen. Body. So. Body, wir marschieren jetzt los. Welches Level hast du eigentlich, Body? Du bist jetzt Level 29. Nein, du bist nicht so der, die Stärkste. Aber... ...auch das bekommen wir hin. Das allererstes gehen wir jetzt herzlich mit diesem... ...blöden, blöden, scheiß Skorpion los. Das war vielleicht ein Fehler. Zu dumm, dass ich jetzt schon... Okay, das war eventuell ein Fehler. Hi Skorpion. Lieber Skorpion. Ich glaube, ich wach hier nicht wieder auf. Verdammt. Ich wollte ihn doch nur leveln. Ich wollte... Na gut. Nächster Plan. Zurück am Bettsborn gucken, ob der blöde Säbelzahntiger noch da ist. Er ist noch da. Ich höre ihn. Oh Gott. Nein, 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 nein. Meine Sache. Nein, 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 nein. Irgendwie ein Dachbau. Verdammt. Irgendwie ein Dachbau habe ich mir gerade gedacht. Ah, nein. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall was ich meine mit meine Pläne haben Fehler. Ich bin glücklich, dass die Skorpion weitergezogen. Ich bin ja schon mal gestorben, das heißt mein Backpack hier ist weg. Da liegt Bonny. Okay, ich kann zurück. Oh, da ist ein neuer. Tja, der prügelt sich da gerade mit einem Dilo. Und der hat gewonnen. Das ist vielleicht stärker als, boah, fuck. Das war eine Tribesmanship-Kröte. Naja, fall du nicht ruhig an und... Oh, leck mich. Tribesman. Ich finde aber auch hier keinen Busch, ne? Egal, weil ich mich alles verfolge und ich gleich wieder tot bin. Super. WTF? Gehe weg. WTF? Gehe weg. Zwei. WTF? So, und jetzt wo wir uns gehen. Gigantopetikus. Von dahinten. Das wird ja wohl irgendwie machbar sein. Und dann kriegen wir von den Tribesleuten auf die Schnauze. Super. Oh nein, sie haben ihn getötet. Ich glaube, das ist er. Ich glaube, dass er da liegt. Scheiß die Wand an. Ich glaube, sie haben ihn gekillt. Sie haben ihn gekillt. Leck mich doch im Arsch. Ach. Es läuft auch heute nicht so. Eier. Steine. Steine. Ich brauche Steine. Nein. ich bin der Boller. Herzlichen Glückwunsch. Hallo Taucher. Die trifft mich nicht. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Ich glaube. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Nein, ich bin wieder gefangen. Was weiß ich hier? Bisschen HP dazu. Wow, 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 wow. GFG weg. 3. Was, wie hab ich denn das gemacht? Warum liegt ich denn jetzt hier? Ach so, weil ich noch gebohrert war? Warum kann ich nicht wieder aufstehen? Ich kann nicht aufstehen. Wie steht man denn auf in diesem Spiel? Ah, ich hab wohl X gedrückt versichtlich. Ah, ja, so einfach kann es sein. Okay.